Weihnachten ist zwar schon vorbei, ich hoffe liebe Zuschauer, Sie hatten trotzdem ein schönes Weihnachtsfest und besinnliche Stunden mit Ihren Familien und mit Ihrer Familie, mit Ihren Liebsten. Ich befinde mich hier auf der Berliner Weihnachtszeit am Roten Rathaus. Rund um dem Neptunbrunnen ist eine Eisbahn aufgebaut. Da kann man rundum segeln, Schlittschuh fahren, kann sich die auch seine Schlittschuhe von zu Hause mitbringen. Ansonsten kostet die Ausleihe, ich glaube 3 Euro oder 3,50 Euro. Ist ja nicht viel. Ja und wenn Sie sagen, na nun, Weihnachten ist doch eigentlich schon vorbei. Hier suchst du dann der Kerl auf dem Weihnachtsmarkt. Na ganz einfach, weil der Weihnachtsmarkt, das heißt also mein Lieblingsweihnachtsmarkt, die Berliner Weihnachtszeit, hier rund um den Neptunbrunnen, noch bis zum 28.12. auf hat. 21 Uhr, wie gesagt, können Sie noch herkommen und ja, viel Spaß haben. Ich liebe Zuschauer wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sind auch im nächsten Jahr für Sie wieder da.